Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben einen kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGU-K, also sollten wir weniger ERS-Energie einsetzen. Gut, unser MGU-K ist ziemlich abgenutzt. Wenn das schlimmer wird, werden wir das Rennen nicht zu Ende fahren können. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwenden wir die Überholtaste. Wir haben viel Energie gesammelt. Wir haben viel Energie gesammelt. Wir haben viel Energie gesammelt. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Okay, wir sind im kritischen Bereich bei den Werten des MGU-H. Du darfst den Motor nicht überhitzen. Erhalte die Temperatur im Auge. Das DRS-Zone liegst. Danke, ich brauche noch einen Moment. Gute Arbeit. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Brillant gefahren. Die einzig Ware vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Die Startaufstellung steht jetzt also fest und wir freuen uns auf ein fantastisches Rennen. ... ... ... ...